hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren paar let's play dirt rally endlich seit langer zeit geht es jetzt mal wieder weiter mit dirt rally gegen deutschland mal wieder waldaufstieg verbundsring verbundsring umgekehrt und den waldabstieg wir haben eine sträcke von 5.390 ein höhenunterschied von plus 46 41 prozent asphalt und 59 prozent bidon und gleich direkt geht es los mit der etappe nummero eins in deutschland ja ich hab ja jetzt auch wie gesagt nhl weiter gespielt also das play nhl weiter getroppt und auch das unchartered let's play weiter getrieben und das lego marvel avengers let's play weiter getrieben da haben wir jetzt nur noch die bonuslevel und dann werde ich euch noch ein bisschen was zeigen und paar charakterpacks die es gibt ja spiderman dlc da war ich wieder zu schnell ähm und dann gibt es ja auch noch das silverware paket gibt ja auch noch das rechtsexte kaltmann level paket und 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 ja viel haben wir ja noch viel zu tun wenn hier das gibt noch ein paar parts sind sie auf jeden fall noch in nhl sind wir ja immer noch in der laufenden saison Und ihr seht schon, die Strecke ist nicht so meins, immer noch in Mitten sagen, Cooper unterwegs, 50 Sekunden von Rückstand, weil ich ja wenig Bremse im Moment habe, um so schnell die Strecke zu raffen. Und da geht es neben die Strecke, machen wir auch schon lange nicht mehr. Und ich hatte mal etwas ausprobiert und habe mir das Shotgun-Programm runtergeladen, ein kostenloses Schnittprogramm. Aber ich hatte das Problem, dass er die Clips nicht gespeichert hat. Ich habe alles gemacht und er hat es trotzdem nicht angenommen. Und mein Koffer-Format, also mein Media Player aus dem Koffer hat es dann auch nicht öffnen können. Das heißt, ich konnte mir das nicht angucken, aber mit Schneiden hat eigentlich alles gut geklappt. Aber es hat dann halt da dran gelegen, dass es wie gesagt nicht abgespeichert werden konnte und dass es nicht hochgeladen werden konnte. Deswegen muss ich die Parts alle einzeln hochladen. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen, weil wir dann nicht so eine gewisse Playlist haben hätten. Aber es hat halt nicht geklappt und da müssen wir es halt so machen. Damit fahren wir ja im Moment auch ganz gut. Nicht schneiden! 60, rechts halten! Links 6, nicht schneiden! 80, Kuppe! Achtung! Rechts 3, nicht schneiden! Innen halten! Felsen außen! 100, durchs Denk, über Kreuzung! Rechts 5, schneiden! 60! Links 6, über 150, Kuppe! Wo es oft zum Kehren geht und diese Kehren sieht man halt nicht. Oh, fast schon eine Minute rückstunden. An 50 Sekunden. Rechts 5, nicht schneiden! Und da wollte ich rechts abbiegen. Und da geht es einfach nicht rechts. Und jetzt haben wir hier eine Kehre wieder. Da war ich jetzt vorbereitet. Rechts 5, lassen, nicht schneiden! Links 1, senken! Nicht schneiden! 40, über Kreuzung! 80! Das war mein Fehler. Da hat es ein Kameramann mitgenommen auf einmal. Links 4, lassen! Aber nun sind wir wieder unterwegs. Rechts 6, macht 2 bis 3, über Kreuzung! Macht auf, 100! Links 4, nehmen schneiden! Mittig halten! Über Kreuzung! Felsen außen! Und da kriegt die Bremsen wieder. Also besser gesagt, die Reifen. Und da geht es ins Ziel. Etappe ist abgeschlossen in einer Zeit von 4 Minuten 50. Also eine Viererzeit. Und damit sind wir auf Platz 5. Jupp, weil das die erste Etappe war. Eine Minute Rück... Eine Minute Sieben Rückstand, sehe ich jetzt gerade. Der Beste hat eine Zeit von 3, 42. Und im nächsten Part, denke ich, sehen wir uns dann wieder mit der zweiten Etappe von Deutschland. Event 4 von 6. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kennt das Prozedere. Wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt, mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschö. Mähde! Tschö. 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 覺ст